Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Guten Morgen am Mittwoch, dem 30. August. Guten Morgen mit dem Geek Talk Daily. Ich habe heute wieder 10 Technik-News für euch vorbereitet. Es geht um Uber, um Sonos, um Western Digital, um Dell, um Fitbit, um YouTube, um ARCore, um Amazon Echo und um Elgato. Wir beginnen bei Uber und dort gab es ja gestern die News, dass man einen neuen CEO gefunden hat. Heute gibt es eine neue News zum Thema Datenschutz und zwar, dass die Uber-App in Zukunft nicht mehr den Standort nach der Fahrt tracken wird. Da gab es im Laufe des Jahres schon einige Diskussionen, auch Auseinandersetzungen mit Apple. Heute hat der Uber-Chief-Security-Officer Joey Sullivan gegenüber Reuters bestätigt, dass das Feature quasi aus der App ausgebaut wurde und auch in Zukunft nach der Fahrt quasi der Standort eben dann nicht mehr getrackt wird. Wir kommen zu Sonos und da hatte ich gestern die News, dass quasi ein neuer Lautsprecher, zumindest bei der FCC, angemeldet wurde, der auf den Codenamen S13 lautet, ein Mikrofon haben soll und Touch-Controls. Jetzt gibt es ein Datum für die Vorstellung. Sonos lädt ein zum Event am 4. Oktober in New York City. Näheres wissen wir noch nicht, nur zumindest, dass tatsächlich etwas passieren wird. Auf der Abbildung der Einladung sehen wir einen offenen Mund. Also offensichtlich hat es eben tatsächlich auch der Einladung und dem Bild nach etwas mit Sprechen oder Sprache zu tun. Wird ein wohl tatsächlich ein Voice Assistant sein, wenn es schon um eine smarte Box dann gehen soll. Wir kommen zu Western Digital und die haben ein Cloud-Service abgekauft. Das wurde 2011 gegründet. Im Endeffekt ermöglicht es die Synchronisation zwischen, ja, Rechnern quasi, macOS, Windows und auch zwischen mobilen Betriebssystemen, iOS und Android. Im Endeffekt, ja, so ein typischer Cloud-Service halt, sage ich jetzt mal, ein Konkurrent mehr oder minder zu Apple, Google und Microsoft. Die bieten halt quasi auch Cloud-Speicher an. In der eigenen Infrastruktur sollen sich auf Suche darin spezialisiert haben. Ja, jetzt wurden die eben von Western Digital gekauft. Momentan kostet deren Angebot pro 100 GB 1,99. Das ist relativ teuer. Wir werden schauen, wie es bei denen weitergeht und inwiefern sich das Ganze in Western Digital integrieren lässt. Wir kommen zu Dell und da kommen wir zu einem Notebook-Update. Das XPS 13 wurde abgedatet. Jetzt fragt ihr vielleicht, was daran spannend ist. Naja, der Prozessor insofern ist spannend. Das handelt sich um einen Cabot Lake Refresh. Es ist der vierte, also es ist die erste Generation allerdings, die auf einen Vierkernrechner setzt aus der 15-Watt-Klasse. Und das ist in sofern natürlich nicht ganz uninteressant. Das Notebook ist sehr kompakt. Das ist so, ja, auf MacBook Pro 13 Zoll Niveau. Also ein sehr kompaktes, schmales und leichtes Gerät. Setzt aber jetzt eben auf Vierkernrechner. Das ist natürlich nicht unspannend und schon mal ein netter Fingerzeig darauf, wie sich vielleicht auch die Konkurrenz, eben zum Beispiel die von Apple, weiterentwickeln könnte. Wir kommen zu Fitbit und da hatten wir ja gestern die Vorstellung der neuen Smartwatch. Es wurde ja nicht nur eine neue Smartwatch vorgestellt. Neu ist auch die Fitbit Aria 2, ihre WLAN-Wage quasi. Da gibt es keine großartigen Verbesserungen. Das Design wurde ein bisschen überarbeitet im Endeffekt. Die startet auch im Herbst für 130 Euro. Wir haben eine neue Premium-Coaching-App, die ja halt so typische Workout-Coachings übernimmt, so wie wir das schon von anderen Herstellern kennen. Im Endeffekt hat das Ganze ja, ja, Freeletics im Angebot. Das ist irgendwie, ja, andere Services gibt es ja jetzt auch in jede Richtung eigentlich. Also gerade dieses Bodyworkout ist ja recht üblich. Jetzt bietet es eben auch Fitbit an, jahreweise soll das dann zwischen 9 und 44 Euro kosten, Startschuss ist ebenso im Herbst. Zusätzlich gibt es auch neue Kopfhörer, Bluetooth-Kopfhörer. Auch nicht besonders überraschend oder besonders großartig sind die Dinge meiner Meinung nach, sondern im Herbst für 130 Euro starten. Bin gespannt. Die Kopfhörer setzen noch auf Kabel zwischen den beiden Ohren. Also von daher bei dem Preis mal gespannt, wie sich die durchsetzen sollen. Wir kommen zu YouTube und die haben jetzt heute endlich offiziell ein neues Design ausgerollt. In den letzten Wochen und Monaten gab es ja immer wieder Veränderungen, was das Design betrifft. Auch das Logo, jetzt gibt es eben die offizielle Ankündigung dazu. Sie wollen ein schönes, einfaches, neues Design bieten. Und eben einige Veränderungen auch am Videoplayer. Da ist es zum Beispiel möglich, mit rechts oder links im Videotippen 10 Sekunden jeweils vor- oder zurückzuspringen. Wir kommen zu Google und die haben jetzt ihr eigenes AR-Kit mehr oder minder angekündigt. Dort lautet es auf dem Namen AR-Core. Im Endeffekt ist es tatsächlich relativ ähnlich wie das Ding von Apple. Man filmt quasi mit der Kamera seine Umgebung und kann dann im Kamerabild quasi virtuelle Objekte in der echten eingeblendet irgendwie quasi positionieren. Starten tut das Ganze aktuell mal nur mit dem Google Pixel und dem Samsung S8. Man arbeitet dann mit weiteren Herstellern wie Huawei, LG und Asus zusammen, um entsprechend mehr Geräte unterstützen zu können. Wir kommen zu Amazon Echo und da hatte ich ja die Woche noch die große Forderung, dass ich mir Multiroom endlich wünsche. Multiroom ist da, auch in der deutschen App, einfach in die Einstellungen gehen, dort einen Raum anlegen und eure Echos zu einem Raum zusammenzufügen. Dann kann man quasi sagen, gib Musik auf Raumname, also auf Gruppenname quasi wieder, anstatt bisher irgendwie den Namen des Echo zu sagen. Und dann spielt die Musik tatsächlich auf mehreren Echos. Einziges kleines Problem in meinem Test, ich kann nicht unterschiedliche Raumszenarien anlegen. Bedeutet, sobald ein Echo in einem, so einem Multiroom quasi drinnen ist oder in einer Gruppe, kann er nicht noch in eine zweite, das heißt, wenn ich mehrere, also vor allem mehr als zwei Geräte habe, so wie es bei mir der Fall wäre, kann ich jetzt nicht sagen, ich mache eine Gruppe mit Büro und Wohnzimmer und eine mit Wohnzimmer und Küche, weil dann das Wohnzimmer zweimal vorkäme, finde ich ein bisschen schade. Wir bleiben bei Echo, kommen aber zu einem neuen Skill, nämlich den Harmony-Skill von Logitech. Die Harmony sind ja die Fernbedienungen von Logitech und da gibt es auch welche, die sich per App steuern lassen und jetzt wurde das Ganze dann auch in den Echo integriert. Insofern recht praktisch, dass ich dann quasi auch per Stimme die Steuerung von Geräten übernehmen kann. Funktioniert sehr, sehr gut. Ich habe schon länger die englische Variante laufen, dort wurde der Skill schon angeboten, und jetzt ist er eben auch auf Deutsch verfügbar. Wir schließen mit einer News zu Elgato und die sind auf der IFA sehr umtriebig. Die stellen dort gleich fünf neue Produkte mit HomeKit-Support aus der IFA-Reihe vor. Beginnen wir das Ganze mit einem neuen Thermostat, den gab es mehr oder minder schon, aber der neue ist jetzt auch direkt am Thermostat steuerbar. Der soll bereits vom 26. September starten, passend vielleicht mit der Heizsaison. Zusätzlich gibt es noch ein Türschloss, einen Rauchmelder, einen Fensterkontakt und eine Bewässerungssteuerung. Das war es mit den heutigen News, wir hören uns dann morgen wieder. Ich wünsche euch einen schönen Tag und bis morgen. Ciao. Hört mehr Geek Talk.